Einen wundervollen guten Tag und willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir mit einem neuen Bereich anfangen und zwar wir wollen heute mit dem Teil anfangen, der wirklich für alle Entwickler interessant ist, das heißt für Entwickler von anderen Sprachen wie zum Beispiel Java, die gerade auf Kotlin umsteigen wollen. Und ja, wir wollen heute mit dem Bereich anfangen, wir machen das weiter bis hin zu Funktionen, das heißt jetzt kommt alles das, was quasi Kotlin spezifisch ist, dann kommt wieder ein Bereich, der nur für Neulinge in die Programmierung gedacht ist, also quasi was Funktionen sind, was Parameter sind und so weiter und so fort. Und anschließend kommt wieder ein Bereich, was Kotlin anders macht und was Kotlin quasi neu hinzufügt für alle Programmierer und so weiter und so fort. Also so wird quasi diese Playlist weiterhin ablaufen. Genau und ja, ich glaube das dürfte relativ deutlich sein, was ihr kennt und was ihr nicht kennt. Alles klar, was wir heute machen wollen sind Nullable Typen, das heißt Typen, die explizit eventuell null werden dürfen. Und dazu fangen wir einfach mal direkt an und sagen, hey, wir haben hier einen String. Also erstmal fangen wir ganz normal an, so wie wir es kennen. Ich will euch nämlich kurz einen weiteren Funktionsaufruf zeigen, den ihr vielleicht schon rausgefunden habt, vielleicht aber auch nicht. Und zwar mein String ist gleich, äh vom Typ String natürlich, ist gleich Hello World. So und wenn ich jetzt hier PrintLine mein String Punkt Length ausgebe, dann gibt mir das hier die Länge meines Strings aus, nämlich genau 12. Ja, so jetzt haben wir in Kotlin die Möglichkeit, wir können sagen, okay, diese Variable ist so nicht verfügbar. Die ist nicht gesetzt, das geht quasi nicht, also die existiert halt einfach nicht. Und das ist in Java und auch in Kotlin das Stichwort Null. Das ist in Python Null und ja, in vielen anderen Sprachen ist es auch Null. Das steht einfach dafür, dass es quasi nicht existiert, also einfach nicht gesetzt ist. Und das machen viele, wenn sie zum Beispiel ein, ähm, naja, ein Fehler als Ergebnis einer komplizierten Berechnung bekommen und dass die Werte, die eingegeben wurden, quasi nicht okay sind, anstatt dass sie einen Fehler werfen und, ähm, das ganze Programm abschmiert, sagen sie, okay, dieses Ding wird einfach auf Null gesetzt, also mein Ergebnis meiner Berechnung wird auf Null gesetzt. Also zum Beispiel ein, ein doppelter Benutzernamen in einer Web-Anwendung oder, oder, oder. Gibt viele Anwendungsmöglichkeiten. Und in unserem Fall sagen wir einfach mal direkt, das Ding ist Null. Nehmt einfach mal an, dass wir hier eine komplexe Berechnung dahinter haben, ja. Und, ähm, wir haben hier jetzt offensichtlich gerade Null bekommen. Jetzt sagt allerdings Kotlin im Vergleich zu anderen Sprachen wie Java oder so, okay, Null ist nicht erlaubt. Also es ist einfach nicht möglich, direkt einen Wert auf Null zu setzen. Das bedeutet, ähm, wir können nicht einfach alles auf Null setzen, was wir wollen. Denn das Problem hierbei ist, wenn jetzt alles plötzlich Null sein sollte, dann schmiert mein Programm spätestens hier ab. Wenn ich versuche auf Null die Länge rauszufinden, naja, Null ist nichts. Null ist quasi die Leere, ja. Ähm, und wir können nicht auf der Leere die Länge ausrechnen, denn die Leere ist unendlich oder eben gar nicht lang. Sie hat einfach diese Eigenschaft nicht, okay. Und deswegen funktioniert das hier nicht. So, was bei Java passiert ist, es wird ein Fehler geschmissen und euer Programm stürzt ab, während das Programm läuft. Denn Java überprüft nicht, ob ihr hier das Ganze auf Null setzt oder ob ihr dem einen richtigen Wert wie Hello World oder sowas gebt. Das macht Java nicht. Auch andere Sprachen machen das eigentlich normalerweise gar nicht. Während Kotlin sagt sich, okay, ähm, wenn du das Ding auf Null setzen möchtest, dann musst du hier an den Typen ein Fragezeichen anhängen. Dieses Fragezeichen steht dafür, dass die Variable Null werden darf. Sie muss nicht Null sein, sie darf aber Null werden. Das ist quasi die explizite Erlaubnis, für diese Variable eventuell Null zu sein. Und, ähm, ja, was jetzt passiert, ist eigentlich relativ interessant, denn jetzt warnt mich mein Compiler hier unten, hey, schau mal, ähm, wenn du Length aufrufst auf dem Ding und diese Variable darf eventuell Null werden, dann hast du ein Problem. Okay, denn wenn du, ähm, wenn du Length auf was aufrufst, was Null ist, dann schmiert das Ganze ab. Wenn du Length aufrufst auf was, was nicht Null ist, dann ist das okay, aber ansonsten, ähm, ja, sei mal vorsichtig. Und da gibt es auch quasi eine relativ leichte, ähm, oder einen relativ einfachen Umgang eigentlich damit, und zwar ein Fragezeichen hinten dran. Dieses Fragezeichen hinter mein String, also dieses Fragezeichen hinter dem Variablen Namen im Endeffekt, der sagt mir, für diese Sache hier hinten dran, also für all das hier, nur aus, wenn du auch wirklich sicher, oder wenn, wenn hier auch wirklich dieses Ding nicht Null ist. Das heißt, das ist quasi ein, ein, eine Überprüfung auf if mein String, wenn das Ganze nicht Null ist, dann gibt die Länge aus, sozusagen. So, das ist dasselbe, okay? Also das ist quasi die lange Schreibweise für dieses Fragezeichen hinter mein String. Und, ähm, Kotlin zwingt mich wirklich dazu, das zu machen, also diese Überprüfung hier. Ist es auch okay, wenn ich das so schreibe, ähm, weil jetzt sieht ja Kotlin, okay, ich habe überprüft, dass das Ding nicht Null ist, hier kann es nicht mehr Null sein. Jetzt kann ich das auch ausführen, und ihr seht, es passiert einfach gar nichts, weil das eben Null ist. Das heißt, diese if hier wird nicht ausgeführt, aber dasselbe kann ich eben auch mit diesem kleinen Fragezeichen hinten dran, ähm, erreichen und sagen, okay, wenn das auch wirklich hier nicht Null ist, dann führe dieses Punkt Length aus. Das heißt, Kotlin sagt hier sozusagen, okay, ähm, wir brauchen das eigentlich gar nicht ausführen, ähm, dieses Punkt Length hier hinten dran, wir geben einfach direkt meinen String aus. Also dieses Punkt Length hier wird eben nicht ausgeführt. Und, ähm, ja, das ist quasi einer der wichtigsten Shortcuts hier, vor allem, weil es tatsächlich im Typsystem so verankert ist. Also Kotlin hat wirklich eigene Typen für Nullable Objekte. Also hier sagen wir, okay, der String darf Null werden, also es ist was wirklich anderes als ein normaler String. Auf einem normalen String können wir das hier nicht machen und das hier auch nicht. Und ja, das ist schon eine ziemlich gute Errungenschaft, wenn ihr mich fragt, denn so wird das Ganze eben nicht zur Laufzeit auf Null überprüft, sondern wirklich schon vorher. Und der Compiler, beziehungsweise mein Editor, zwingt mich dazu, hier direkt zu schauen, ob das wirklich Null ist oder ob das nicht Null ist, durch dieses Fragezeichen. Es gibt noch eine andere Variante und zwar die zwei Ausrufezeichen. Die zwei Ausrufezeichen sagen mir, okay, ich nehme einfach an, dass das hier nicht Null ist. Und das machen die zwei Ausrufezeichen. Ich bin, ich gehe hier fest davon aus, dass das nicht Null ist und führe trotzdem Punkt Length aus. Dann sagt der Compiler, ist in Ordnung, du darfst das ausführen, aber auf deine eigene Verantwortung. Und dann sagt mir Kotlin hier, ja, Null Pointer Exception, bist du selber schuld. Du hast hier angenommen, dass das nicht Null ist. Quasi genau das, was ich dir die ganze Zeit sage, es könnte Null sein, hast du ignoriert. Deswegen schmeiße ich dir einen Fehler um die Ohren und der nennt sich dann Null Pointer Exception. Weil das hier Null ist. Das hier vorne ist Null, das heißt, das hier kann ich nicht auf Null ausführen, das geht nur auf einem richtigen String. Und ja, das hier solltet ihr also eigentlich niemals verwenden, eher nur das Fragezeichen verwenden. Denn zwei Ausrufezeichen heißen eigentlich, ihr habt eine Abfrage vergessen. Und ja, es kann manchmal sinnvoll sein, wenn ihr zum Beispiel haargenau wisst, was das ist, dann ist es okay. Aber ansonsten könnt ihr eigentlich auch trotzdem das Fragezeichen machen. Denn wenn ihr das Fragezeichen reinschreibt, dann wird es ja trotzdem ausgeführt, wenn das Ding nicht Null ist. Ja, es stützt euch halt nur nicht ab, wenn es Null sein sollte. Okay, genau, und das war es erstmal von meiner Seite. Das sind Nullable Typen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.